Mein Leute, jetzt ist der neue Flur das Original. Viel Spaß mit meinem Video. So, ich bin mal wieder. Also, für den Sommerurlaub habe ich mir drei Ziele belegt. Alle drei sind in Bayern. So. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin soll. Also, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt bei Google. Also. Ich habe die Wahl, also nicht die Wahl, aber mich über die Rundsucht, zwischen Twizzle. Das ist so, ähm, ja, so der Wurzel, also so, solche Teile sind das. Da habe ich überlegt, ob ich da hin soll. Da fährt man im Auto, circa 3 Stunden 40. Dann habe ich überlegt, also das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, IC-Lei-Bahn. Also, Seibahn zur Zugspitze hoch. Ja, ich kann euch ja mal Bilder zeigen, dass ihr wisst, wie es aussieht, ungefähr. Ja, guck, also eine Seibahn und, äh, es geht ja ziemlich stein hoch und so. Da habe ich überlegt, ob ich hin soll. Ja, da fährt man vielleicht schon mit einem Wecken 50. So, das könnte ich auch mal im Auto hinfahren. Wenn ich morgens losfahre, dann geht es schon mal. Könnte ich eigentlich mal machen. Ähm, und drittes Ziel ist, ähm, oder wäre, Schönau am Königssee. So, da zeige ich auch mal Bilder, dass ihr auch mal so wie es aussieht. Ähm, ja. Wenn ich mal laden würde, wenn man so scheiß Profi erweckt. Hallo, wie lange dauert es denn noch? Okay, also, es lädt nicht, ähm, Google einfach mal selber. Also, wie gesagt, es heißt, ach, jetzt plötzlich geht's. Ich bin nicht mehr innen, bin ich voll verrascht, oder? So, ja, jetzt dauert es ewig. Ach, kack drauf, Google mal selber noch. So, ähm, da werden wir allerdings 3 Stunden und 47. Warte mal, wie lange werden wir nach Zwiesel? Ähm, oh, wo ist es wieder? 3 Stunden, okay, nach Zwiesel, oder nach Schönau, macht eigentlich keinen Unterschied. Nach Schönau werden wir allerdings 7 Minuten länger. Aber auf die 7 Minuten kommen sie auch nicht an. Also, ja. So, vielleicht haben die Bilder mittlerweile geladen. Mal gucken. Ja, haben sie so. Ah, so sieht es ungefähr aus. Ähm, ja, es sind halt schöne Berge und so. Schönes Wasser. Ja, mach ich schnell mal wieder hin. Sonst, ich kann mal, dass ihr euch so. Also, äh, ihr habt die alle 3 Ziele gesehen, ich hab keine Ahnung, wo ihr gehen soll. Sind alle 3 schön. aber alles frei und dann sind es viel. Auf einmal. Ja, was meint ihr? Was würdet, wo würdet ihr hingehen? Schreibt mal in die Kommentare oder so. Und ja. Naja, genau. Das war es eigentlich auch schon hier im Video. Bis dann. Bis dann. Bis dann. So, wenn's auf einmal. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020